AdBlue nachfüllen oder einfach ignorieren? Warum es sich nicht lohnt, den Hilferuf nach einer AdBlue-Nachfüllung zu ignorieren, erklären wir Ihnen jetzt. Für Einsteiger eines vorweg. AdBlue ist weder ein klassisches Motorenöl-Additiv, noch ein direktes Zusatzmittel für den Treibstoff. Und dennoch befindet sich die Öffnung zum Nachfüllen oft ganz in der Nähe. Wird AdBlue nicht nachgefüllt, läuft der Diesel schnell im Notlaufbetrieb. Und zwar im besten Fall. Im schlimmsten Fall bleibt er einfach stehen. AdBlue ist die Lösung des sogenannten Umweltproblemes, das bei der Verbrennung vom Diesel verursacht wird. AdBlue kann man in Kanister bei den meisten Stationen beziehen. Das Nachfüllen ist aber äußerst kompliziert. Daher haben wir uns entschlossen, in AdBlue-Tankanlagen zu investieren, wie hier an unserem Standort in Linz-Unionstraße. Und hier ist im Prinzip eine Bedankung mit AdBlue so einfach wie das Bedanken mit Diesel oder mit Benzin. Man fährt zur AdBlue-Anlage hin und befüllt das Fahrzeug. Also unsere Erfahrungswerte sind äußerst positiv. Der Absatz dieser Anlage sind 250 Liter pro Tag. Es ist einfach bequem und um hier ein modernes Wort zu verwenden, convenient, so AdBlue nachzufüllen. Der Plan, wir wollen einen Roll-Up machen an mehr als 50 Stationen bis 2020 und die österreichweit verteilen. Natürlich schwerpunktmäßig im Ballungszentrum. Wir sehen das Ausgleich der Gerechtigkeit in der Langzeitschiene. Vor 20 Jahren wurden Servicetätigkeiten an der Tankstelle verrichtet. Die sind heute alle wieder an die Werkstatt ausgelagert worden. Jetzt holen wir uns ein Geschäft aus der Werkstatt zurück. Das AdBlue nachfüllen soll morgen an der Tankanlage passieren. Das AdBlue nachfüllen soll morgen an der Tankanlage passieren. Untertitelung. BR 2018